Gute Tag, hier ist der Guzoa wieder. So, gerade das letzte Video geschnitten, jetzt gibt es gleich wieder was Neues auf die Augen. Beim letzten Mal habt ihr es ja gesehen, wie die Queen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes reanimiert wurde. WTF-Jungs und Mädels. Oh, er hat echt übel, und ich sehe es gerade, ich sehe es gerade, ich muss gar nicht, ich muss gar nicht, wer weiß, wie großartig rumzirkeln. Ich würde gerne kurz das Townhall wegballern, und dann würde ich gerne gucken, wie viel wir hier wirklich am Start haben. Und wenn das nämlich nicht so extremst viel ist, wie es momentan ausschaut, dann würde ich da doch echt mal einen kleinen Queenwalk starten. Aber, ich glaube fast, das lohnt sich doch nicht. Ne, das lohnt sich doch nicht. Also gut, dass ich vorher doch nochmal geschaut habe. Weil, wenn jetzt dieses noch wegkommt, sind es zwar immer noch 3K, klar. Aber, ich glaube, aber hier, und das ist noch nicht in der Nähe der Infernus. Oh, das sollten wir hinkriegen. Da sollten wir rintenzeln. In die Hütte. 3, na, ich mach mal lieber 4. Ihr seht es aber, wie gesagt, ich will da halt nichts risken. Hier so, no risk, no fun. Das ist nicht mein Motto. Das werdet ihr auch bei mir nicht so sehen. Da bin ich lieber einmal mehr ein Schisser. Und guckt mal, die haben hier schon gut zu tacklen. Ah, ich muss die... Kleine Moment, bitte nicht. Da ist sie weg. So, dann werden wir hier doch nochmal eine etwas größere Aktion auffahren müssen. So, jetzt, aha, das war ein bisschen schwierig mit dem... mit dem Heal, hier, äh, mit dem Spell zu droppen. Aber, passt. Leute, von heute, hier seht ihr wieder richtig fett Stuff. Ah, ich glaube, dann... Plus die Infernus, das ist halt wirklich so, die ballern einen halt wirklich tot, klar. Ganz klare Geschichte. Und hier, ja, genau zur richtigen Zeit gedroppt. So, der King bleibt noch. Das geht erstaunlich gut. Und dann sollte das Alex-Lager auch noch laufen. Ah, ich meine, ein 16er King. Aber die Heiler sind halt noch im Rage. Das geht. So, jetzt hört der gleich auf. Und dann, denke ich mal, kriegt der halt gleich wieder... Oh, die Heiler werden gebrutzelt. Auf jeden Fall. Ja, bleibt doch stehen. Bleibt halt einfach drin. Ich meine, ein Inferno, who cares? Ist ja scheißegal. War Heiler? Aber egal, egal. Ist mir egal. Ist mir egal. So, jetzt gucken wir mal. 22, muss ich persönlich sagen. Den Unterschied merkt man echt. Ist meine Meinung. Das ist dann doch so ein bisschen... Jetzt gucken wir uns wirklich die Ability der King... Der King, natürlich, natürlich, der King... Äh, der Queen wirklich noch mal genau an. Also, wir haben hier mittlerweile 268 Schaden pro Sekunde. Das ist schon richtig nice. So. Das ist übel fett. Übel fett. Und wie gesagt, Trefferpunkte auffüllen. Gut, okay. Ist mir persönlich relativ egal. Wisst ihr selber. Weil die ist halt wirklich in der Zeit, in den 4,2 Sekunden, ist die halt wirklich unantastbar. Und das ist halt der Unterschied mit den Highlandern. Bam, bam. Das passt. Also, das ist einwandfrei. Dann die... Theoretisch wäre es mir natürlich lieber, Trefferpunkte gar nicht mal so viel auffüllen. Könnte auch gegen 0 gehen. Und dann halt eben, ich sag jetzt mal, 5 Sekunden. Zack. Das würde nochmal richtig abgehen. Aber passt auf jeden Fall. Das läuft, Leute. Das läuft richtig. So. Auf den Sack gekriegt habe ich eigentlich auch nicht mehr. Das ist... Ja, hier unten ist halt nichts. Aber ich hätte den so gerne gesehen. Selbst gesehen habe ich nicht. Ich hätte ihn so gerne gesehen. Weil er auch mal wieder richtig schön daneben geballert hat. Aber sowas von. Ja. Er hat es halt verkackt. Aber das lag garantiert nicht an meiner guten Base, sondern einfach, weil er total schlecht war. So. Mehr brauchen wir dazu, glaube ich, nicht sagen. So. Ich habe gemerkt, dass man im Video meine Maus übel hört. Also, da muss ich echt mal überlegen, ob ich mir da so eine andere Maus hole. Aber dazu kommen wir später. Das sind Sachen... Das ist so ein Luxusproblem. So. Joa. Was geht sonst noch? Gucken wir mal, was die anderen hier so rausholen. Drecksheiler. Ja. Die können ziemlich dreckig sein. Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall so. Ganz klar. Gucken wir mal, was hier geht. Weil ich meine, ein Queenwalk mit zwei Heilern wird ein bisschen schwierig. Ah, und er hatte sogar noch echt Max Magier drin. Und die hat aber der Gegner einfach mal weggegiftet. Aber guck mal, der macht da echt so ein Mini-Queenwalk draus. Und es ist nur eine 10er-Queen. Also, ihr seht es immer wieder. Ihr seht es immer wieder. Also, ich sage mal wirklich, ab 5, sobald sie die Ability hat, kann man mit der Queen was reißen. Ich meine, das ist jetzt nun wirklich ein Mini-Queenwalk, aber er lief. Und guck mal, das nächste ist jetzt das LX, das dunkle. Und dann, zack, zack, zack. Jetzt wird es auf jeden Fall eng. Genau. Haut er noch einen Rage drauf. Müsste er gerade so hinkriegen. Genau. Und da ist der Mini-Werfer total Banane. Vollkommen egal. Und jetzt hat er sogar noch gehealt. Okay. Weil er gemerkt hat, das wird sonst ein bisschen keimig. Einwandfrei. Also, ich meine, klar, für Martin ist es natürlich total daneben, klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber, ich meine, äh, ja. Dies ist einfach mal ein Queenwalk, der gelaufen ist. Und zack, klar, zu Ende. Das Ding war fertig. Der wusste auch, wie er damit umzugehen hat. Wirklich. Weil ich hab das ja auch am Anfang gemacht. Oh, hier schön mit Heal-Spells noch drauf. Und dann halt wirklich mit dem Rage viel, viel besser. Auf jeden Fall. Meine Queen war, ja genau, ja, meine Queen war tot. Das habt ihr ja gesehen im letzten Video. Brauche ich jetzt nicht nochmal drauf rumreiten. Äh, mal was, Mann, was ein Blödsinn. Na ja, ihr seht selber, er wollte halt wirklich. Ich, ich, ich muss jetzt mal grad gucken, auf was das hinauslaufen wird. Du, also ich würde jetzt mal tippen. Das kann auch ein schöner Two-Star werden. Was sagt ihr dazu? Weil die Zeit, wenn ich die Zeit sehe, wird's auf jeden Fall ein Two-Star. Und von Truppen her, sonst hätte ich gesagt, okay, ja, äh, 50% oder sowas. Aber ich denke wirklich, wenn man die Truppen sieht, dann, denke ich, ist das, äh, Two-Star-Bereich. Auf jeden Fall. Weil so, fail wird der das nicht angehen. Weil die Golems auch drinne, klar, hier ist jetzt Golem-Messi nicht mehr viel los. CB-Truppen kommen. Na, ja, genau, ganz genau. Äh, also sogar noch die CB gefreezed, okay. In Ordnung. Konnte er natürlich dann schön, hier und jetzt, ja, klar, King ist drin, King ist drin und das war's. Der 28er King. Da ist den im Rage und dann ist vorbei. Der knallt die Queen so kaputt. Ja, und jetzt, naja, mit Pekka drinne. Wenn die Pekka drin sind, hast du verloren. Das ist einfach, King und Pekka in der Nähe vom Rathaus ist gar nicht gut. Ist gar nicht gut. Und dann die 50%, das ist gelacht. Hier, guckt mal. Schön, Golem, der tankt. Und dann noch, äh, WiiWi hier am Start. Ne, das sind locker 50%. Hör auf, wird das noch ein Freestar? Ich meine, weil hier, da kommt nicht mehr viel. Ne, aber für einen Freestar, denke ich, reicht's nicht mehr. Ne, dafür, dafür kommt zu viel jetzt an. Aber wir, ist noch. Ja, eine Pekka noch. Okay. Weil sonst hätte ich jetzt echt gesagt, Alter. Ha. Komm. Ey, das wäre ja richtig böse. Ey, wird das echt noch ein Freestar? Ja, ich meine, wenn die erstmal alle auf den Golem gehen. Und zack, Bogenturm weg. Oh, nein. Und jetzt snackt er sich noch schön. Naja, okay, da geht jetzt Kanone, klar. Doch, doch. Der kann sich noch teilen. Alter, da wäre ich aber auch leicht sauer gewesen. Das kann ich verstehen. Alter, hat der... Und guck mal, man kann... Ey, man kann nicht mal sagen, dass es... Knapp hin und her. Das war nicht mal so ganz knapp. Weil guck mal, er hat ja noch wirklich... Wenn man jetzt sagt, oh, hier, die Queen hat ja noch ein Fünkchen Leben oder sowas. Nee. Das war nicht mal ein Fünkchen. Alter, der hat ihnen richtig die Hose ausgezogen. Da hast du noch Glück, dass der Angreifer schon Meister 1 war. Sonst hättest du natürlich da nochmal ganz, ganz anders alt ausgesehen mit den Pokis. Boah, ärgerliche Kiste. Auf jeden Fall. Gucken wir mal, was hier noch geht. Nee, hier ist nichts mehr. So. Also, das ist ja natürlich echt eine super ärgerliche Sache. Rest bogisch. Ja, klar. Kriegen wir hin. Jetzt gucken wir mal. 106. Aber meine Queen lebt ja noch nicht. Wieder. Und ich will heute jetzt echt mal kein Dings raushauen. Kein Boost. Aber das wollte ich euch ja auf jeden Fall nochmal zeigen. Gucken wir nochmal kurz in den klaren War rein. Da können wir noch nichts zu sagen. Ich denke mal, im nächsten Video werde ich vielleicht nochmal was bringen. Dazu. Und dann soll es das gewesen sein. Mal gucken. Oder hauen wir noch ein Queen. Ich habe mir selber gespendet. Läuft bei dir. Ich muss aber, ich muss auch zusätzlich sagen, mauertechnisch geht es jetzt echt auch schon wieder voran, weil ich halt runtergegangen bin, klar. Und guck mal, ich glaube 118 schon. Yeah, läuft bei mir. Und wie gesagt, ich kann es immer nur nochmal sagen. Ich würde nie sagen, Oh Mist. Ich bin ja noch nicht Townhold 10. Nie. Und dann, ich bin dann echt gespannt, wie es dann wirklich im Bereich zum Beispiel Legenden geht. Die werden doch wirklich gleich am ersten Tag alles gemixt haben. Ich kann mir das echt vorstellen. Gleich zack, 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 zack. Da würde ich, dann werde ich auch mal reingucken. Also ich hoffe mal, dass ich gerade an dem Update-Tag dann online sein werde, beziehungsweise halt zum Aufnehmen Zeit habe. Und dann gleich wirklich gucken. Hier sage ich jetzt mal beste Clans oder beste Spieler in dem Fall. Und dann gleich gucken. Jetzt gucken wir mal, wie das hier momentan überhaupt aussieht. Wo haben wir ihn überhaupt den Tobias Spirithawk. Ich weiß ja, dass er mehrere Dinger hat. Das ist mir ja durchaus bekannt. Gucken wir mal lokal. Mit ihm hat er sich, glaube ich, so ein bisschen in den Haaren gehabt. Wenn ich mich nicht ganz, hier, da ist er. Wenn ich mich nicht komplett irre, und dann kann ich mir das echt vorstellen, dass das Ding dann einfach zack, zack, zack wieder maxed out ist. Ja, da gehen ein paar Gems drauf. Aber ansonsten kann man sich da, denke ich, ein bisschen schwierig nur drauf halten. Dann ist das okay. So, jetzt gucken wir mal. Oh, 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 oh. Soll ich die echt heilen? Ach komm, um wen interessiert es kommt. Ihr wollt ein bisschen was sehen. Ihr wollt entertaint werden. Äh, dann muss man halt auch einmal ein bisschen ein bisschen was raushauen. So. Hm, 2,2 ist nett, klar. Aber, äh, eh der, eh ich mich zum Inferno durcharbeite, wird da doch ein bisschen lange dauern. Und deswegen lieber nicht. Dann lieber wirklich was, was Einfaches, was Chilliges. Ah, der hat nice, der hat natürlich nice Loot. Wenn ich hier jetzt oben reingehe, dass ich zumindest die drei Lager bekomme, hätte ich 170 bummelig von jedem, wenn ich das sogar noch bekomme. Ja, aber das ist, hätte, hätte, ihr wisst es, hätte, hätte. Ne. Also, es ist ein nice Loot auf jeden Fall, ganz klar, aber, äh, möchte ich dann doch nicht. Nebenbei hier noch schön so, jetzt können wir nämlich das andere veröffentlichen. Das drückige, ihr seid jetzt live dabei, mehr oder weniger, aber ich hatte noch ein benutzerdefiniertes Thumbnail, welches ich gerne mitnehmen möchte. Zack, zack. Und wenn das dann durch ist, dann kann es losgehen. Und jetzt seid ihr offiziell dabei. Ich sage auf, jetzt ist der veröffentlichen Button wieder weg. 4K! Und die müssen doch in den Bohrern sein. Ne, das kann aber nicht sein. Das kann nicht sein. Jetzt ist es echt tricky. Gehe ich jetzt von unten rein und ziehe mir das Dunkle? Oder von oben die Bohrer? Oh, echt schwer. Aber ich, ich, ich gehe, ich gehe von oben. Ich gehe von oben und hoffe einfach, dass ich da recht behalte. Ich nehme das, was man sozusagen easy mitnehmen kann und nebenbei mal veröffentlichen geklickt. Schnell mal so beim Queen Walk. Ach na ja, komm. Ist ja nichts weiter. So. Dann geht es jetzt gleich um die Wurst. Äh, jetzt don't tell me that you are wanna go outside here. Just jump into this. Äh, was soll das bitte, ja? Hallöchen, Popöchen. Bitte jetzt mal nicht auf... Ja genau, ne Pekka. Herzlichen Dank. Da weiß ich, was ich machen muss, weil das geht gar nicht anders. Pekka ist tot. Wirklich, ähm, Pekka bin ich gleich... Ah, Mist. Golem. Ah, das ist Mist. Äh, Golem ist total Mist beim Queen Walk, weil die Heiler auf den Golem meistens gehen. Und dann, äh, bin ich mal ganz, ganz schnell weg. Ah, das war... Äh, bis jetzt ist das hier so... Äh, eher semi-professionell. Muss ich jetzt mal sagen. Du solltest eigentlich da lang gehen. Zack. Okay. Alter, was? Ja klar, ja, schade. Ah, das war nichts. Das war null. Das war gar nichts. Naja, die... Die... Ich... Ich... Ich wette mit euch. Die sind die Drecksäcke. Ah, deswegen kann ich mit dem Golem nichts anfangen, wenn ich Queen Walk mache. Das... Das bringt null. Ähm, weil die halt wirklich rüberspringen. Jetzt muss ich mir das nochmal kurz angucken. Und... Weil ich halt wirklich das... Äh, die CB wirklich... Sorry. Kleinzeug zum Clearen halt nebenbei. Wenn ich da... Mit dem Golem kann ich da null anfangen. So, klar. Da... Da habe ich ja schon mal Glück gehabt, sage ich mal. Deswegen musste ich den Rage rauspacken. So, und jetzt bin ich gespannt. Jetzt werden die zwar weggeföhnt, aber gehen garantiert würde ich tippen. Oder war es wirklich in dem Zeitpunkt? So, jetzt wird's gleich eng. Ja, genau. Und jetzt springen sie rüber. Ja, ja, genau. Also war ganz ein... Ja, klar. Und dann... Dann passiert nichts mehr. Hm. Ja. Aber mein Kran konnte dafür nichts. Das war... Ich habe ja reingeschrieben irgendwie... Macht voll und fertig. Und dann schreibe ich rein Kleinzeug. Weil das ist... Ah, ärgerlich sowas. Wegen sowas dann verkackt. Mist. Aber so... Danke. Okay. Okay. Der ist nicht so klein. Ich kriege ihn nicht in die Tasche. So. Egal. So ist das Leben. Aber wie gesagt, so seht ihr es halt auch. Also... Mal verliert man, mal gewinnen die anderen. So. Fertig aus. Das war's. Das ist genug gequatscht. Haut rein. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.